Ich meine Sie, muss ich jetzt fragen. Der Syrien-Krieg ist gemacht von außen. Das heißt, die USA, Großbritannien und Frankreich haben gemeinsam mit Saudi-Arabien die Kämpfer, die dort kämpfen, die angeblichen Rebellen ausgebildet, mit Waffen versorgt, versorgen sie weiterhin mit Waffen, um Assad wegzuputschen. Genau das passiert dort. Aber mit Märchen tun Sie, oder das klingt so, als würden Sie sagen wollen, dass das, was jetzt in Aleppo passiert, das passiert eigentlich gar nicht. Das ist jetzt nur so ein Märchen. Es passiert schon, aber es passiert etwas anderes, als was in den Medien ist. Es ist nicht so, dass Assad angreift und die Zivilbevölkerung... Aber Menschen sterben. Es sterben Menschen, selbstverständlich. Die geopolitischen Zusammenhänge sind das eine, wer gegen wen. Aber es ist fürchterliches Leiden und Menschen sterben. Es ist immer entscheidend, natürlich, wenn Menschen sterben, ist es immer schrecklich. Es sterben übrigens drei Millionen Kinder jedes Jahr an Hunger. Also das ist mindestens genauso schlimm, kümmert sich übrigens kein Mensch darum. Aber natürlich sterben im Krieg Menschen, das ist keine Frage. Ich sage nur, die Frage ist zu stellen, warum sterben sie? Und wer hat damit angefangen und wer fördert das? Das allerdings werden wir jetzt vermutlich hier nicht lösen. Ich hätte ja noch zwei Sätze dazu gesagt. Ich glaube, das wollen die Fernsehzuschauer auch hören. dass in Syrien der Krieg von außen am Leben gehalten wird, durch Waffenlieferung, durch Unterstützung, durch Ausbildung. Man muss sich mal vorstellen, die Rebellen, die dort auf Assad schießen und auch auf die Zivilbevölkerung, werden von den USA ausgebildet. Die geben das offen zu übrigens. Steht übrigens auch in einem Falter-Artikel von Ihnen. Ich habe es extra nachgelegt. Und dann erzählt man uns, wenn jetzt die syrische Armee mit Hilfe von den Russen versuchen, die Rebellen aus einer Stadt, aus einem Teil einer Stadt zu vertreiben, wo sie die Zivilbevölkerung als Geiseln, als lebende Schutzschilde halten, dann heißt es plötzlich, das ist eine Aggression gegen die Zivilbevölkerung. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Man hat jetzt endlich die Rebellen dort vertrieben und jetzt kommt die Europäische Union mit Frankreich und anderen und will jetzt eine UNRESOLUTION, um die Zivilbevölkerung zu schützen, die gar keine Zivilbevölkerung mehr ist in Aleppo, in diesem Ost-Aleppo-Teil, sondern in Wahrheit die Rebellen. Das heißt, man versucht, diese 10.000 Rebellen da sicher rauszukriegen, um sie dann weiter gegen Assad kämpfen zu lassen. Nur, dass man mal ein Gefühl kriegt, was da abgeht. Das heißt, wir werden komplett verschaukelt. Die gesamte Bevölkerung wird verschaukelt, da wird alles Mögliche erzählt. Assad ist der Böse, der muss weg. Und in Wahrheit wird der Konflikt von außen genährt und geschürt. Und das Ganze auf dem Rücken von 400.000 Menschen, die in Syrien gestorben sind, weil die USA mit Saudi-Arabien und Europa das angezettelt haben. Wir sind uns einig, dass es dort wahrscheinlich wirklich sehr kompliziert und sehr geopolitisch... Nicht kompliziert, das ist ganz einfach. Es geht um das Gasfeld im Persischen Golf und das geht um die Gasbiplein, die durch Syrien laufen. Es geht um die Gasbiplein, die durch Syrien laufen sollen und Assad hat Nein dazu gesagt. Und deshalb muss er weg. So einfach ist er.